so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es die evp bodenwirbel vorweg nicht dass ihr euch wundert jetzt oder so im laufe der zeit kommen mehrere videos von diesen arten und zwar handelt sich hier um eine cut 1 raritäten reihe die ich ab filmen werde ja hier sehen wir wunderschöne feuerringe mit einer echten lang visco und echt relativ dick diese habe ich für nicht mal einen euro gekauft und die sollen laut der feuerwerks vitrine schön springen nem ist auch nicht gegeben da sie schon älter sind und dann würde ich sagen leute sehen wir uns jetzt beim test der evp bodenwirbel so jetzt machen wir die evp bodenwirbel mal gucken was die so sagen vor allem mit dem recht aktuellen aussehen also richtig edles gold machen wir gleich noch den letzten hinterher hier richtig schöne bodenwirbel auf jeden fall